Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Folge vom Team-Check. Heute geht es weiter mit dem FC Schalke 04. Und genau dort schauen wir mal auf die komplette Mannschaft, die Thomas Reis so zur Verfügung hat und analysieren, wie gut diese Mannschaft tatsächlich zusammengestellt ist. Dafür haben wir verschiedene Kategorien, in denen wir eben dann auch jeden einzelnen Spieler einsortieren, um zu sehen, wie gut die Mannschaft wirklich ist. Wir haben Unterschiedsspieler, Stammspieler, was natürlich auch die beiden wichtigsten Kategorien sind, den Bankplatz, wo man eben dann eher Spieler für die Kader breit hat, junge Talente, wo man eben abwarten muss, wie diese sich noch entwickeln und Ergänzungsspieler, die einfach nicht die allzu größte Rolle spielen. Und dort sollte man natürlich im besten Falle nicht allzu viel haben. Am wichtigsten ist natürlich aber auch, einen ausgewogenen Kader zu haben. Wir haben ja gestern schon auf Gladbach geschaut. Ich habe mir sehr, sehr gerne euer Feedback auch dazu durchgelesen. Schreibt doch heute wieder gerne eure Meinung zu den verschiedenen Spielern und generell zum Format in die Kommentare. Und jetzt geht es rein in den Teamcheck für Schalke 04. Wir blicken wieder auf jede einzelne Position, sortieren eben auch dann die Spieler unten in fünf Kategorien ein und legen los mit den Torhütern. Auch hier nochmal ganz kurz der Hinweis. Ich weiß, dass vielleicht auch schon wieder einige Leute schreiben, ja, hätte es ja vielleicht die Namen hinzuschreiben können. Das hätte es grafisch nochmal unübersichtlicher gemacht. Deswegen für euch mal ganz kurz von links nach rechts. Marius Müller, Ralf Fährmann, Justin Hekerin und Michael Langer sind die vier Profi-Torhüter auf Schalke. Legen wir los mit Marius Müller, ein Neuzugang aus Luzern. Er hat ja mittlerweile Ralf Fährmann ersetzt, tolle Leistungen gezeigt und ist damit eben auch Schalkes neue Nummer eins. Das war ja grundsätzlich gar nicht der Plan, ist für Schalke aber eine Riesenunterstützung und für mich ist Marius Müller in der aktuellen Verfassung ein klarer Unterschiedsspieler. Es gibt bislang nichts, was man an seinen Leistungen kritisieren könnte und er ist eben auch bislang bester Schalker. Ralf Fährmann sollte ja eigentlich der Stammkeeper sein, war aber eben dann in der Vorbereitung verletzt und hat natürlich trotzdem auch in der Rückrunde gezeigt, dass er wirklich ein starker Rückhalt sein kann. Und klar gab es jetzt dort Unruhe aufgrund der ganzen Beratergeschichte. Wenn man es aber eben dann fair bewerten möchte, dann bringt unabhängig auch von Marius Müller, Ralf Fährmann meiner Meinung nach auf jeden Fall die Stammspielerqualität mit und damit kann man auf jeden Fall sagen, hier hat Schalke mal so gar kein Problem. Man hat zwei richtig gute Keeper für die zweite Liga. Justin Hekerin ist ja wiederum ein junges Torhüter-Talent. Dem 22-Jährigen wird vor allem auch mittelfristig viel zugetraut. Er wird nun auch nach seiner Verletzung über die U23 weiter aufgebaut und das ist für mich ein klarer Fall junges Talent. Michael Langer ist ja mittlerweile seit 2017 schon auf Schalke. Er ist anerkannt in der Mannschaft und erst recht auch im Verein und auch einfach wichtig fürs Team. Zuletzt saß er eben auch mal öfter auf der Bank durch Verletzungen und all sowas und ist einfach ein Ergänzungsspieler auf Schalke. Ich denke mal, diese Kategorie trifft es ganz gut. Er ist jetzt auch keiner, der auf der Bank irgendwie regelmäßig sitzt oder anders gesagt geht es auch hier darum, in Sachen Bankplatz wie auch die Qualität dafür zu haben, auch spielen zu können. Michael Langer ist einfach ein guter, dritter, vierter Keeper und deswegen hier auch ein solider Ergänzungsspieler. Machen wir weiter mit den Außenverteidigern und ab jetzt haben wir eben die Feldspieler mit dabei und es wird natürlich dann auch sehr interessant, wie gut Schalke dort tatsächlich so aufgestellt ist. Wir haben hier einmal vor links nach rechts Cedric Brunner, Henning Matriciani, Thomas Ovian und Derry John Merkin. Legen wir los mit Cedric Brunner und der war ja schon in der Bundesliga auf Schalke ganz klar gesetzt. Ist ein sehr defensiv starker Außenverteidiger, der aber eben auch deswegen nach vorne zu ungefährlich ist. Trotzdem ist er für die zweite Bundesliga eine sehr, sehr gute Lösung auf der rechten Abwehrseite. Für mich hier auch Kategorie Stammspieler. Henning Matriciani hat in der Rückrunde öfter mal als Linksverteidiger gespielt. Ich habe ihn jetzt hier auch mal als Außenverteidiger gelistet und ist ein Kämpfer. Matriciani schmeißt sich überall rein, ist aber eben auch dafür technisch durchaus limitiert, was man auch in der zweiten Bundesliga ganz gut gesehen hat. Er ist bislang noch nicht so richtig in Form gekommen. Er ist aber eben auch ein Spieler, der überall spielen kann und mit seiner Flexibilität auch durchaus wichtig ist für Schalkes Defensive. Meiner Meinung nach Kategorie Bankplatz, der schon auch das Zeug dazu hat, vielleicht auch nochmal einen Entwicklungsschritt zu gehen. Mit seinen 23 Jahren hat er sich auch in der vergangenen Saison echt nochmal verbessert. Wenn er das schafft, dann wird er zu einem guten Rotationsspieler. Aktuell ist er eben dann immer mit in der Startelf drin, wenn irgendwo ein Spieler ausfällt. Thomas Auvian hat ja eine tolle Hinrunde in der Aufstiegssaison vor zwei Jahren gespielt und seitdem aber auch immer und immer wieder Verletzungsprobleme. Er hat defensiv seine Probleme, das hat man sowohl in der Zweitligasaison gesehen, als auch in der Bundesliga und nun auch an den ersten Spieltagen. Und auch sein großes Prunkstück, das sind die Flanken, war aktuell einfach nicht gut genug. Für mich ist Thomas Auvian ein Spieler, der schon eine sehr gute Lösung als linker Verteidiger sein kann, aber sich echt steigern muss und das wirklich zwingend. Aufgrund dessen, was er aktuell zeigt und was man eben auch in den letzten anderthalb Jahren von ihm gesehen hat, ist das für mich Kategorie Bankplatz. Klar, er ist zwar Stammspieler auf Schalke aktuell, aber es geht ja hier in dem Video auch darum zu ranken, wo eben die individuelle Qualität eines Spielers liegt. Und sie sehe ich bei Thomas Auvian aktuell nur bei einem Bankplatz. Da muss einfach deutlich mehr her. Der John Merkin hat ja erst ein Spiel für Schalke gemacht als Neuzugang gegen WN Wiesbaden und dort einen guten Eindruck hinterlassen. Klar ist auch, defensiv hat er durchaus seine Probleme gehabt, aber unabhängig davon ist es natürlich auch jetzt für dieses Video sehr, sehr früh, um ihn irgendwie richtig gut beurteilen zu können. Deswegen für mich erstmal Kategorie Bankplatz. Und somit können wir auf jeden Fall in Sachen Außenverteidigern sagen, mit Cedric Brunner hat man hier auf jeden Fall einen guten, defensiv starken Stammspieler. Dahinter in Sachen Backup ist es vielleicht nicht optimal gelöst. Auf der linken Verteidigerseite hat man zwei solide Lösungen mit Auvian und Merkin, wo sicherlich auch der Neuzugang eine gute Chance hat, Thomas Auvian zu verdrängen. Innenverteidiger ist auf Schalke auch so eine Thematik, die in der vergangenen Saison schon durch die ganzen Verletzungen sehr, sehr viel diskutiert worden ist und auch in der Saisonvorbereitung eine Thematik war, die nicht so einfach zu handeln war. Wir haben hier einmal von links nach rechts Timo Baumgartel, Marcin Kaminski, Tomasz Kalas, Ibrahima Cissé und Leo Greimel. Klar, auch Henning Matriciani oder sogar auch Niklas Tauer könnten hier spielen. Das sind aber die fünf nominellen Innenverteidiger. Legen wir los mit Timo Baumgartel, der natürlich als Abwehrchef geholt worden ist, der viel Bundesliga-Erfahrung auch mitbringt. Bislang ist er aber eben noch nicht dieser erhoffte Stabilisator, wo man eben das Gefühl hat, ja, der hebt die Abwehr auf ein neues Level. Er ist eben noch kein Unterschiedsspieler, was man ihm aber auf jeden Fall durchaus zutraut. Was er aber ist, ist Stammspieler und die Qualität hat er auch und dort sortiere ich ihn jetzt mal ein. Ein Streitthema, sicherlich auch bei diesem Video, wird Marcin Kaminski sein. Er hat ja seinen Vertrag verlängert für die zweite Bundesliga und ist bislang, in der Innenverteidigung auch ganz klar gesetzt. Seine Tempo-Defizite, die sind nicht neu. Neu ist aber auch nicht, dass er ein wirklich sehr starkes Aufbauspiel mitbringt. Und somit ist dann so ein bisschen die Frage, wo sortiert man ihn ein? Er ist ja auch ein Führungsspieler in der Mannschaft, durchaus anerkannt auch im Verein. Und für mich pendelt er hier zwischen der Kategorie Stammspieler und Bankplatz. Ich bin aber schon der Meinung, dass er auch im richtigen Spielsystem, in der richtigen Abstimmung eine klare Qualität für Schalke mitbringt als Stammspieler. Da muss aber auch wirklich nochmal mehr kommen. Vielleicht sorgt Neuzugang Tomasz Kalasch nochmal hier für mehr Konkurrenz hinter Baumgartel und Kaminski, denn die braucht es auf jeden Fall. Natürlich hat Tomasz Kalasch zuletzt auch bei Bristol in England wenig gespielt. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, wir müssen erstmal schauen, wie sehr er Schalke helfen kann. Ich denke mal, die Bankplatzqualität, Bankspielerqualität, die bringt er auch sicherlich mit. Und deswegen nennt er hier erstmal in dieser Kategorie. Er könnte sich aber auch im Laufe der Hinrunde zum Stammspieler entwickeln oder natürlich auch im negativen Sinne zum Ergänzungsspieler. Da muss man einfach mal abwarten. Ibrahima Cissé stand ja am ersten Spieltag in der Startelf. Thomas Reis hält sehr, sehr viel von ihm. Bislang ist er aber noch nicht im Profibereich angekommen. Das muss man eben auch ganz klar so sagen. Und deswegen hier relativ einfach. Weiterhin hat er nur den Status des jungen Talents in sich. Und genau auch dort liegt so ein bisschen das Problem. Denn eigentlich hätte er schon zum Saisonstart weiter sein sollen. Denn in der Innenverteidigung ist man ja nicht wirklich optimal aufgestellt. Und das liegt eben auch unter anderem daran, dass Leo Greimel als fünfter Innenverteidiger eigentlich in der zweiten Bundesliga voll angreifen wollte. In der Vorbereitung gab es für ihn aber wieder eine schwere Knieverletzung. Er fehlt somit lange und ist damit auch logischerweise hier für dieses Video nur ein Ergänzungsspieler, weil er eben aktuell keine sportliche Rolle einnehmen kann. In Sachen Innenverteidigung sehen wir also, mit Ibrahima Cissé hat man ein junges Talent, was eben jetzt den vierten Innenverteidiger geben muss und dafür noch nicht so richtig geeignet zu sein scheint. Thomas Kalasch könnte zu einem wichtigen Rotationsspieler werden. Ob das aber dafür reicht, wirklich Baumgartl und Kaminski Konkurrenz zu machen, ist halt dann die große Frage. Denn das braucht Schalke unbedingt auf dieser Position. Im zentralen Mittelfeld hat sich ja im Sommer transfertechnisch sehr viel verändert. So richtig funktionieren tut es dort aber noch nicht. Hier einmal von links nach rechts Ron Schallenberg, Niklas Tauer, Paul Seguin, Lino Tempelmann, Danny Latza, Assan Oedraogo, Dominik Drexler und Blendi Idrissi. Legen wir los mit dem Königstransfer im Mittelfeld. Und das war meiner Meinung nach auf jeden Fall Ron Schallenberg für 2 Millionen Euro. Und klar war natürlich, durch diese hohe Ablösesumme waren auch die Erwartungen logischerweise hoch. Und bislang kann man sicherlich sagen, ist Schallenberg nicht optimal reingekommen. Für mich ist aber auch klar, er wird oftmals komplett alleingelassen als Alleinliga-Sechser. Zudem gab es natürlich auch da nochmal eine rote Karte gegen Kaiserslautern. Für mich hat Schallenberg auf jeden Fall sogar auch das Zeug zum Unterschiedsspieler für Schalke. Stammspielerqualität bringt er aber auf jeden Fall mit. Schallenberg ist mit der stärkste Sechser überhaupt in der 2. Liga. Dass er bislang auf Schalke noch nicht funktioniert hat, liegt meiner Meinung nach ganz klar an den Umständen. Niklas Tauer ist ja ein defensiv sehr flexibler Spieler. Hat mal rechter Verteidiger gespielt, mal Sechser. Und er kann ja sogar auch Innenverteidiger spielen. Klar ist aber auch, er spielt sehr, sehr wenig. Als rechter Verteidiger hat er gegen Braunschweig, fand ich, auf jeden Fall gute Ansätze gezeigt. Aber man merkt eben auch, das Zutrauen in die Leihgabe von Mainz ist nicht riesig groß. Klar könnte man jetzt sagen, er passt hier in dieses junges Talentstatus rein. Sehe ich aber eher nicht. Er ist im Schalker Kader ein Ergänzungsspieler. Nicht mehr. Nicht weniger. Paul Seguin soll ja mit Ron Schallenberg das Mittelfeld anführen. Klar ist, bis hierhin hat er deutlich zu wenig gezeigt. Ich habe aber auch das Gefühl, die Abstimmung fehlt noch so ein bisschen. Auch die perfekte Rolle für Paul Seguin fehlt. Und ich persönlich halte wirklich sehr viel von ihm. Und alle, die man ja auch so ein bisschen befragt, auch die jetzt nicht zwingend Schalker sind, sagen ja auch, Seguin ist ein Topmann für die zweite Bundesliga. Meiner Meinung nach bringt er auf jeden Fall deswegen Stammspielerqualität mit, die er aber, und das ist auch durchaus richtig so, bislang nicht richtig zeigen konnte. Lino Tempelmann ist ja ein weiterer neuer Mittelfeldspieler. Und auch bei ihm läuft es noch nicht optimal. Ich habe ihn jetzt erstmal hier in Kategorie Bankplatz einsortiert, auch wenn er vielleicht für den Mannchen schon eine bessere Leistung gezeigt hat als Seguin. Aber es geht ja eben jetzt nicht darum, die aktuellen Leistungen zwingend 1 zu 1 zu beurteilen, sondern eben die grundsätzliche Qualität im Kader zu analysieren. Und dort ist für mich Tempelmann ein wirklich guter Rotationsspieler, der aber auch wirklich noch den Sprung zum Stammspieler schaffen muss. Denn die Latzer ist ja als ehemaliger Kapitän auch endlich mal wieder über einen längeren Zeitraum fit. Trotzdem liefert er schon sportlich sehr wenig Argumente, um ihn regelmäßig auf dem Platz zu sehen. Er ist mittlerweile nur noch Ergänzungsspieler. Viel mehr kommt da wohl auch nicht mehr. Hassan Oedraogo, der wiederum ist Schalkes größte Hoffnung und das mit seinen 17 Jahren. Und das sagt meiner Meinung nach schon sehr, sehr viel aus. Er hatte jetzt auf jeden Fall einen richtig tollen Start als Profispieler. Es ist aber auch klar, es wird Leistungsschwankungen geben und die muss man bei so einem 17-Jährigen auch ganz klar mit einbeziehen. Klar ist natürlich, wir haben hier die Kategorie junges Talent, wo eben auch Spieler hineingehören, die noch nicht viel Profi-Erfahrung haben, die diese typischen Talentspieler sind für die Kaderbreite. Und trotzdem ist das eben Oedraogo, obwohl die Saison erst ein paar Wochen läuft, schon nicht mehr. Schon jetzt ist er für Schalke unfassbar wichtig als gefühlt einziger Kreativspieler und er kann den Unterschied ausmachen. Für mich ist er deswegen schon jetzt Kategorie Stammspieler, weil ihn Schalke einfach braucht. Also wenn du aktuell eine erste Elf aufstellst und bis wenn alle fit wären, dann würde sicherlich jeder Hassan Oedraogo dort reinpacken, weil er schon jetzt ein mitwichtigster Spieler überhaupt für Schalke 04 ist. Dominik Drexler, der fehlt dir aktuell verletzungsbedingt. An den ersten Spieltagen stand er in der Startelf, mal über den rechten Flügel, mal und dort gehört er hin natürlich auch aus dem Mittelfeldzentrum heraus. Ich halte auf jeden Fall viel von ihm. Für mich bringt er die typische Qualität eines guten Bankspielers mit, den du immer wieder reinschmeißen kannst, der auch mal von Beginn an spielen kann, aber auch mal von der Bank kommt und der ist einfach wichtig für die Mannschaft. Blendi Idrissi wollte man ja eigentlich abgeben, hat dann eine gute Vorbereitung gespielt. Im Liga-Betrieb reicht es bislang aber nur für einen Kurzeinsatz. Er spielt keine große Rolle, deswegen logischerweise Ergänzungsspieler. Und ich finde, daran sieht man auch nochmal ganz gut an dieser Einordnung, dass im Mittelfeld auch nicht alles grundsätzlich von der Planung her passt. Beispiel Latza, Beispiel Idrissi, Beispiel Tauer, da hätte man vielleicht für alle drei einen richtig guten noch hinzuholen können, aber auch das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft worden ist. In dem Spielsystem von Thomas Reis spielen ja die Flügelspieler eine sehr, sehr große Rolle. So richtig zusammenpassen tut dort aber noch nicht allzu viel. Kenan Karaman, der hat sich in der Rückrunde so ein bisschen auch als Stammspieler etabliert und auch in der zweiten Bundesliga als solcher ganz klar eingeplant. Er hat einen sehr guten Saisonschlag hingelegt, fehlt jetzt verletzt und das ist ein richtig bitterer Ausfall. Denn Kenan Karaman ist für mich auf jeden Fall hier ganz klar ein Stammspieler, dem ich sogar zutrauen würde, zum Unterschiedsspieler zu werden. Denn Karaman hat für mich mit Abstand die höchste individuelle Qualität auf Schalkes Flügeln und dahinter wird es dann schon sehr, sehr eng. Denn Soichiro Kuzuki hat tolle Ansätze in der Bundesliga gezeigt und fehlte dann mehrere Monate verletzungsbedingt. Und das merkt man auch. Kuzuki braucht aktuell Zeit. Er braucht regelmäßige Spielpraxis. Da wäre für mich die zweite Mannschaft auch am besten. Und er hat halt dann am Ende immer noch diesen Talentstatus und dort sortiere ich ihn auch ein. Denn er hat halt erst zwei Hände voll an Profispielen absolviert. Das ist nicht wirklich viel. Er muss sich einfach noch ganz klar entwickeln. Brian Lassem ist ja ein Neuzugang aus Bielefeld. Für viele kam ja der Transfer auch überraschend. Für mich auch und trotzdem finde ich ihn ganz gut. Hat ein hohes Tempo, eine starke Physis und er hat somit viel. Muss sich aber auch noch verbessern. Meiner Meinung nach ein guter Rotationsspieler. Damit Kategorie Bankplatz. Tobias Mohr konnte sich ja in der Bundesliga bei Schalke nicht durchsetzen. Und auch in Liga 2 ist er mit Problemen in die Saison gestartet. Nun, als er erstes Tor erzielt für Schalke 04 gegen Wiesbaden und durch die Verletzungen eben von Karaman, von Lassem, auch von Drexler wird er Chancen bekommen. Grundsätzlich, und dabei bleibt es für mich aber aktuell, hat er nur die Qualität eines Ergänzungsspielers. Es harmoniert bislang auf Schalke so noch gar nicht. Yusuf Kabadayi ist ja ein Neuzugang von Bayern. Hat bislang zwei Profi-Einsätze als Joker in seiner Vita stehen. Logisch, hier haben wir ein junges Talent. Und genau da liegt eben auch dann für mich so ein bisschen das Problem auf den Flügeln. Mit Kenan Karaman hat man einen wirklich klaren Stammspieler. Und dahinter fehlt einfach auch die Qualität eines zweiten klaren Stammspielers. Und dann hätte man mit Lassem einen guten dritten Rotationsspieler. Mit Kabadayi und Kuzuki zwei junge Talente. Mohr ist halt aktuell irgendwie ein bisschen fraglich, wie es mit ihm funktionieren wird. Also da ist Quantität vorhanden, Qualität aber zu wenig. Kommen wir zuletzt noch zu den Stürmern. Dort hat der Schalke drei zur Auswahl mit Simon Tirodde, Sebastian Polter und Keke Topp. Starten wir mit Simon Tirodde. Kapitän, Torjäger und auch einfach Schalker, der sehr, sehr wichtig für alle ist. Bislang hat er auch rein Scorer-mäßig geliefert. Vier Scorer in fünf Spielen ist eine gute Ausbeute für den schwierigen Saisonstart. Was man aber eben auch sieht, Tirodde wird ganz klar zu wenig eingesetzt. Er ist sowieso ein Stammspieler für Schalke 04, der auch für dieses Video natürlich die Stammspielerqualität mitbringt für diese Kategorie. Für mich ist er aber sogar ein Unterschiedsspieler für Schalke. Und doch hier geht es eben um die grundsätzliche Qualität zur Einordnung des Kaders. Denn, was auf jeden Fall eben auch klar ist, Tirodde muss von seinen Nebenleuten noch mehr in Szene gesetzt werden. Und das Zeug zum Unterschiedsspieler hat Tirodde auch ganz klar weiterhin mit seinen 35 Jahren. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Sebastian Polter hat ja unter Thomas Reis in Bochum funktioniert. Auf Schalke hat er sich weiterhin nicht durchgesetzt. Auch als Joker sieht man aktuell wenig vernünftige Ansätze. Und wir haben hier dann eben Kategorie Bankplatz für Sebastian Polter. Der muss sich noch deutlich steigern. Ich hatte sogar kurz überlegt, ihn in Ergänzungsspieler reinzupacken. Wäre ihm vielleicht aber auch nicht so ganz gerecht geworden, weil er eben auch mehrere Wochen gefehlt hat in der Rückrunde. Hier erstmal Kategorie Bankplatz. Da muss aber wirklich nochmal deutlich mehr her. Keketopp konnte ja zuletzt ein paar Minuten sammeln. Wirklich eine starke Saison gespielt in der U19. Er wird langsam rangeführt. Auch hier klare Geschichte. Junges Talent. Kommen wir nun also mal zum Fazit von Schalkes Teamcheck. Es gibt ja aktuell viel Kritik auch an der Zusammenstellung von Schalkes Kader. Und das kann ich auch teilweise echt gut nachvollziehen. Grundsätzlich steckt im Kader aber auch eine gute Qualität. Vor allem das Mittelfeld muss aber besser funktionieren. Denn auch wenn jetzt vielleicht welche von euch schmunzeln und sagen, ja gut, du hast ja jetzt hier einige Stammspieler mit dabei. Auch nochmal zu Unterschiedspieler. Da sind ja dann schon mal in Summe zehn Spieler, die Schalk auf jeden Fall deutlich helfen müssen. Warum läuft es da nicht? Und da gibt es eben auch klare Gründe für. Es geht ja hier im Teamcheck erstmal nur darum, grundsätzlich einzuordnen, wie gut ein Kader zusammengestellt ist. Und was dann auf dem Platz passiert. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Denn unabhängig auch der aktuellen Form sieht man, finde ich, sehr, sehr gut, dass Schalke zwei bis drei klare Unterschiedspieler fehlen. Sowohl in der Abwehr als auch auf den Flügeln. Und zudem muss sich das zentrale Mittelfeld vor allem noch deutlich besser finden. Ich denke mal, so wird es aktuell auf jeden Fall schwer aufzusteigen. Aktuell muss man auch in dieser Phase übers Kollektiv kommen und darauf hoffen, dass sich gute Einzelspieler wie Seguin, wie Schallenberg, wie auch im Baumgartel zu einem sehr, sehr guten Team entwickeln. Und dass eben auch dann Bankplatzspieler wie zum Beispiel Lassem, Kalasch oder auch Mörkin zu klaren Stammspielern entwickeln, wo man vielleicht auch nochmal im Winter ein bis zwei klare Verstärkungen hinzuholen wird. Denn, und da bleibe ich dabei, das fehlt Schalkes Kader auf jeden Fall. Und jetzt interessiert mich mal eure Meinung für Schalke 04, für diese Mannschaft. Wie würdet ihr die verschiedenen Spieler einordnen in den Kategorien und was denkt ihr, wo führt Schalkes Weg mit dieser Mannschaft hin? Schreibt all das mal gerne in die Kommentare, auch grundsätzlich eure Meinung zu diesem Format. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.